Hasta la maniana muchachos, da sind wir wieder die Hodenkobolde am Start mit Rainbow Six Siege Ranked Game Geisel Modus Flugzeug. Hallo Hodenkobolde. Was geht? Flugzeug unsichermachen. Oh, das wird spaßlich. Er rennt. So, wer nehmen wir denn da mal? Ich weiß auch kein Plan, wenn ich nehmen soll. Nämlich den Chirp. Malt. Fuse is on, Ash vielleicht noch, oder den Bug? Ich hatte gerade überlegt, ob ich Sledge nehme, aber Sledge hat schon lieber Johnny geklaut. Probier mal Montagné. Montagné? Den Bug, auch wenn ich eigentlich... Bug ist mies scheiße geworden. So nen übelsten Recoil. Ja, hab ich vorher auch schon gesagt. Ja, ja. Der ist halt immer noch scheiße. Wann kommen eigentlich die brasilianischen Furzperanos? Ab Grille und Fall. Ab Grille und Fall. Ab Grille und Fall. Nix. Oh, ich fahr mal von hinten rein, komm. Oh! Nein! Scheiße! Ja, kommt vor, aber von hinten. Ab Grille und Fall. Hello from the other side. Wer fährt mir da gerade wieder hin? Ähm, guckt einer, ob oben bei der Dachlupe frei ist? Oh, Frost. Oh nein, ich Geisel, Alter. Ja, das ist nicht dein Ernst, Alter. Wie konnte er jetzt auch da durchschießen? Also es kommt keiner nach dem Dachlupe. Frost ist übrigens, äh, am Heft. Ja, und ich denke mal, der wird sogar... Wo ist Frost? Am Heft? Am Heck. Denkt an Wittmuffs. Ja. Wo wollt ihr rein? Ich würd eigentlich gerne ein Team vorne, ein Team hinten. Fein draußen. Fein draußen. Alles klar. Aber... Das ist aber der Smoke. So! Wo wollen wir denn mal hin? So, erst einmal die Dronen. Ja, fahren wir mal Toxic. Und Marvin, ich fahr mal eine Drohne an euch vorbei. Ja. Das ist glaube ich nice, bevor ich da rein renne. Ja. So. Mal sehen, wie die Umgebung hier ausbaut. Okay, Treppe runter ist Kessel. Läuft rechts rum, genau. Habt ihr gesehen. Nein. Mal fickt das Scheiße doch mal! Ich hätte noch den fucking Buck ge... Ich weiß nicht, dass man nicht auf die Flasche springen kann durch die Scheißlöcher. Wow. Lol. Du warst genau im Weg, Alter. Sorry, Digga. Also wirst du erscheinbar. Du bist nicht im Weg, sonst knackt Marvin euch ab. Okay, Frost war direkt neben mir. Ja. Oh. Hallo. Was habt ihr denn immer gegen mich, ey? Ja, du wirst das nur eine Aufnahme sehen. Also ich stehe unten in der Fronttür stehe ich gerade. Okay, hier oben läuft Smoke. Oben. Habt ihr nicht drin? Okay, wo ist der gerade? Äh, läuft Richtung zu dir. Also nicht weit weg. Nicht weit entfernt. Aus welcher Richtung? Heck oder Front? Ne, ich weiß schon, ich hab schon gehört, du bekommst. Hm. Nun kommt aber spät. Ich glaub, der will nicht. War nicht hier auch noch ein Weg nach unten? Oh. Kommt da runter, ne? Frost ist hier oben, Frost ist hier oben. Ich hab so angehittet. Ja. Sehr schön. Das war hier. Das war Frost, ja. Ja, das war hier. Smoke war aber auch noch hier oben. Irgendwo. Der muss am anderen Ende sein. Bei John hier irgendwo. Ja, ich komme gerade vor den. Ich pass hier auf. Falls er hier herkommt. Down. Good job. Nice. Dann ist er wohl durch die Luke abgehauen. So, es ist jetzt ein 3 gegen 2, Jungs. Werden wir ihn wohl hinkriegen. Wer kommt nicht? Meine Drohne ist weg. Ich weiß, wie ich wieder runter kann. Stampfen immer so, die Typen. Wer jetzt? Sexy Skin erstmal. Ich hab doch Angst. Die letzten beiden sind auf jeden Fall drin, Deko. Ja, komm. Ey. Von wo denn? Nach längerem Arsch, ey. Da war der Hintergrund. Warte einfach, Eklo. Ekolauf. Musstet sprinten. Okay, jetzt müsst ihr mal langsam hängen gehen. Auch reinig noch. Rush einfach. Du musst rein, du musst rein, du musst rein, du musst rein. Ich hab einen. Oh, was hat die denn? Wir müssen reinbringen. Sie hätten sowieso die Geisel nehmen müssen. Ja, Zeit stoppt erst, wenn man die Geisel nimmt. Ja, Geisel. Ja, Geisel. Wenn man die Hand hält, dann musst du auch die Zeit auf. Ja, aber du musst ja die Hand halten. Deswegen sag ich ja, warum hast du da so lange rumgepümmelt? Weil da zwei Leute drin waren. Ja, du musst einfach rein gehen. Ja, 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 mach's doch bei dir jetzt mal besser. Ich rush immer mal so rein. Uch, ja. Also immer so was, als du jetzt Zeit zu verlieren. Ey, das ist wahrscheinlich egal, wo wollen wir hin? Äh, ja, doch, Gepäck aufs Gut. Ähm. Immer rushen, 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 rushen. Wieso mal die Russen ruhen? Die Russen ruhen. Der versteht nicht. Ich mach nichts. Das ist so stumpf. Ja. Ja. Mein Humor ist schrecklich. So, ich geh hoch und mach mal eine Lupe zu. Ich geh auch. Die Geisel. Die alle hoch. Zwei Drohnen weggeholt, aber eine ist reingekommen, glaub ich. Boah. Das ist bei der Geisel. Ah, ich könnte schon wieder kotzen, alter. Oh. So, Luke wird zugemacht. So, Luke wird zugemacht. Übrigens sollen wohl wirklich zwei Wände von einer Jammer-Ladung, von einem Jammer gemütet werden. Ja. Bäm. Warum sind hier noch Wände auf? Keine Ahnung. Ich hab keine Wände mehr. Ich hab nur eine Wände benutzt. Ja, meine zwei sind auch weg. Alles klar, die kommen von hier. Tür abgesperrt. Marvin, hast du denn eine Wände auch aufgestellt? Ja. Hab ich. Warum sind da hier noch zwei Wände oben? Drei Wände oben. Wer weiß, wer weiß. Bei mir kommt was? Ey, ohne Witz. Ah, ich könnte kotzen. Cool. Mach mit. Pass auf, da. Ich glaube, da sind zwei. Eine kommt von oben, der andere kommt von der Seite. Scheiß von oben. Er ist die alte große Deko gegangen. Bei mir sind zwei Leute hier. Na, ich hab ihn. Ey, ganz im Ernst. Da war noch ein Shield dabei, Marvin. Natürlich, Mann, ey. Er kassiert nur Headshots und verreckt nicht. Boah, dieses Spiel. Es kackt nur noch an. Achso. Ne, Marvin ist auf der falschen Seite. Der Shield kam von hinten. Dann barre ich hier mal durch, ne? Irgendwann sei zu zweit. Der Shield, also der Montagne und der Termite sind schon gut angeflaggt. Ja, switch auf. Oder war das Termite? Mehr oder weniger. Ne. Ihr drivet grad irgendwo ne Kamera rum. Mhm. Nice. Irgendwann dadurch kannst du abgeschossen werden. Nice, Marvin. Drei sinds noch. Sehr gut. Alter, was? Halt dich fest. Halt dich fest. Halt dich fest und wart da. Marvin von hinten kommt her. Marvin von hinten. Kommt der Montagne hin. Hör dich einfach in die Ecke. Nice. Lol. Sehr schön. Sehr geil. Genau das. Genau das hab ich auch versucht. Das hat mir noch nicht geklappt. Ich bin fast tot. Oben, von hinten, von hinten kommt auch einer. Ja. Der kommt da allein, wo der Shield kam. Bleibt einfach weiterhin so, dass wir beide Richtung abgehen. Okay, okay. Okay, er kommt auch da lang. Wo lang? Da, genau. Und Toxic guckt auf der anderen Seite. Der macht gerade auf. Oder auch nicht. Mein Schild wurde zerstört. Der kommt von da. Na ja, nach 20 Sekunden. Mhm. Ja, einfach mit der Ruhe. Nice. Proboso. Marvin regelt, alle. Vier Killz holen. Sechs Killz hat Marvin schon, oder? Was zum Pick? Sechs. Der gute alter Pro-Bosser. Diesmal ist der Name gerechtfertigt. Papa Papa Papa. Na ja. Also auch so lag, dass ich den Schild mit dem C4 umgemacht habe. Nice. Ich würde nochmal gerne Montagne nehmen, weil es war eigentlich ganz gut, weil ich konnte was spotten. Welche Seite war die, die bei dem Flugzeug, wo die Fenster alle dicht waren? War das? Das ist vorderer Serviceeingang. Warte, dann bleiben wir noch dabei. Ja. Aber die werden wahrscheinlich raus-mü-bitch-müven. Ja. So, nochmal. Von der Seite haben wir aber ein bisschen Chance. Werden sie raus-bitch-müven. Bitch-müven. Bitch-müven. Das wird auf jeden Fall great. So, auf geht's mit Chachos. Ja. Next round. Hi! Das wird wieder spannend hier. 1-1. Clan Holmhoff. Äh, Präsidenten scheiß Ding. Mit dem Umstückbett. Uh, got it. Oh baby, I've got it. Komm schon. Warte, was sind die denn? Für Level? Haben wir's mal geguckt. Stufe 41. 152. Wow. Alter, 152 war so viel. Ja. 27, 111. Und? Und 93. 192. Weder haben wir Ruppies oder einfach nur... 152? Huhuhuhu. Das ist crazy, Maisy. Da spielt jemand jeden Tag wohl. Oder einfach nur mit vielen Boostern. Oder das. Aber Level bringt doch gar nichts, oder? Also, bringt das irgendwas? Im Prinzip ist das useless. Zeigt einfach nur, wie schwierig erfahren man ist, ja? Bei ihm draußen? Ja, aber der ist auf der anderen Seite, wie ich schon gesagt. Ah, okay. Nein, bei mir war was hier. Wollte einer bei mir mitkommen, oder bin ich jetzt hier alleine? Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, der wird schon mal da oben. Ich komm mit. Aber am besten erst mit einer Drohne mal reincruisen, ja? Warte. Ja, mach mal. Schöne kurz, aber hier war auf jeden Fall was. Ja, hier war Smoke oben. Ja, der Frost ist da. Direkt links um die Ecke. Kannst ruhig auch... Aber warte dir C4. Aufschlagen würde ich sagen, einmal. Ja. Aufschlagen und dann zurückgehen. Zurück, zurück, zurück. Bevor es C4 kommt. Er hat auf jeden Fall schon gezogen. Er hat auf jeden Fall schon gezogen. Echt? Ja. Er hat es irgendwo hingeworfen. Wo kommst du denn da oben rein? Das piept nämlich. Ist das Cockpit, oder? Ne, warte mal. Ne, wir sind hinten. Ne, wir sind hinten. Ne, hinten. Auf der anderen Seite. Warte, ich werfe eine Granate rein. Vielleicht zerstöre ich es ja damit. Ja, aber ich komm jetzt von hier nicht nach oben. Also ich bin jetzt hier im Passagiere und hier ist gerade nichts. Nitro Handy deaktiviert, ja? Jetzt kannst du durchgehen. Keine Ahnung. Was? Nein, die musst du doch haben, Mister. Ich konnte die nicht haben. Wie soll ich die haben? Du hast ein scheiß Schild, ey. Ja, richtig. Und ich stand genau davor. Der hat dich abgefallen. Ruhig, danke. Ihre Pierenfalle getreten? Ja, bist du. Ne. Äh, Igno, bei dir ist noch irgendwo einer? Ja, den hab ich. Müsste noch, müsste noch einer sein. Ich glaube, hier in dem nächsten Raum, wo du reinkommst. Ja, ja, da ist, äh, der Jäger gewesen. Ist das dein Ernst? Wuuuuh! Fuck, Alter. Ja, naja. Ich bin im Eck gekommen, stand genau vor der Frost. Frost hätten wir oben. Ich hab sie aber, ich hab sie runter geschossen. Aber sie ist halt, nur verletzt. Oben sind die alle gerade. Links ist, glaube ich, noch einer. Ruhig. Über dir. Läuft auch dahin. Ja, hier ist grad wer runter geschrommen. Ja. Lol. Nice. Haha. Lol. Lol. Hä? War der. Toll. Der wurde aus dem Spiel entfernt, bevor du getötet hast. Ja. Links, da kommt was. Ja, ja, ich weiß. Über dir. Über dir. Nein. Uuuuh. Ja, voll. Eins gegen eins. Ne, zwei gegen eins. Nein, eins gegen eins. Drohne hast du nicht mehr, ne? Ne. 20 Sekunden. Ja. Da hinten im Raum ist ein Schild. Und dahinter sitzt er. Rechts unten kannst du durchgucken. Nein, ey. Warum schießt du dieses Scheiß-Spiel immer nicht, Maden? Schorne, schorne. Jedes Mal, in jedem Scheiß-Obenkopf-Spiel hast du dieses Problem. Du drückst einen Knopf und der funktioniert einfach nicht. Ich hatte es bei Assassin's Creed und habe es in der Aufnahme gesehen. Ich hatte es bei Star Cry und habe es in der Aufnahme gesehen. Und ich habe es immer wieder bei Rainbow Six. Und ihr seht es auch jedes Mal in der Aufnahme. Brrrr. Und das ist das Problem, um zuzumachen. Also ein VIP-Schlafzimmer ist einfach meine OP-Stelle, die ich liebe, wo man sich in eine Ecke da reinhaut. Und ich liebe dieses eine Ende von der Küche. Oh. Und deswegen hier bitte nicht zumachen. Hier nicht zumachen. Danke. Großer Nilsachmann. Ja, hier. Gut. Ich werde die große Tür, ähm, kasseln, ne? 1 zu 2, Muchachos. Auf jeden Fall ein krasses, spannendes Match. Eigentlich sind jetzt nur noch 4, wenn er die. Oh, oh, stimmt. Und ich werde die diese Tür hier auch kasseln. Hat irgendwer, ähm, Knappel dran? Umso schlimmer wird es allerdings, wenn sie uns zu viert wegpratzen. Es bleiben 10 Sekunden. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Neee. Der Gegner hat sich an der Tür geißelt. Mein Spurschein. Ich geh da gleich raus, keine Sorge. Hier hinten ist eine Wand nicht gemutet, ne? Marvin? Pssst, sei mal ruhig. Tschüss, tschüss, tschüss. Die kommen bei mir. Oh, oh. Der Frank, Alter. Ey. Das ist so ein Schwachsinn, Alter. Ich stehe mit der Profi genau vor ihm und treffe ihn nicht mal. Der Sender. Irgendwas ist da reingegangen. Toxic bei dir. Oder die sind an der mehrfachen Wand. Das kann auch sein, dass sie hier hinten sind. Geil. Also zwei Stück kommen da, wo irgendwo ist. Sledge und Ash, glaube ich. Nee, Thatcher und Sledge. Fuck. Die sind über uns. Ey, komm. Er liegt auf dem Boot, dein Herz. Wir kriegen ja alle auf die Schnauze so krass, ey. Genau, Alter. Vor allem. Er will mir angeblich einen Instant-Header gegeben haben. Ich glaube, er hat meine... Wie heißt das Tür aufgefused? Meine Panzerplattentür? Ohne da unten. Oben sind einige. Ohne da unten. Ich dachte schon, du fickst damit die Geisel weg. Der ist genau über mir hier. Nice. Gut Job. Und einer liegt hier quasi genau über mir. Den hör ich. Schieß halt durch. Der ist bei Marvin drüber. Echt? Ja, irgendwo bei Marvin liegt ein paar Wunscher. Elfen sich grad. Oh. Leute, lag vor der Tür. Komm wieder oben an. Doch nicht. Nice. Komm, der letzte, den kriegen wir auch noch. Einfach chillig bleiben. Halt nur 37 Sekunden, er muss vorkommen. Ja, er ist vor euch. Er ist da links, Marvin. Mhm. Jetzt da. Oh fuck. Aber ich hab ihn auch noch nicht genommen. Nice Marvin. Nice. Baaam. Daddy hat schon 10 Kills. Ich hab 10. Hauptsache, ich hab einfach nur zugeguckt. Alter, wir haben uns echt gleichzeitig abgeballert. Ich bin so fucking froh, dass zumindest mal was das auch noch mal gut ist. So Marvin, willst du jetzt Schild nehmen? Du bist doch Schild-Pro. Ich bin Schild-Pro, aber... Blitz dann, ne? Ich nehm Schild, ich weiß auch nicht, wer... Ah, ne. Okay. Dann nehm ich das. Termite! Ähm... Tetscher... Willst du das jetzt dann nehmen? Dann nimm du ihn, ich kann auch Fuse nehmen. So hab ich das Schild. Wobei, hast du... Wir rasieren gegen Fuse. Das ist sicher mit Fuse. Ja. Ich mag die Waffe. Kaka kaka kaka. Außerdem, dadurch, dass die E in kaum in welchen Raum hängen, kann man da in welche Vorräume füsen. Nicht im Keller. Welche Vorräume? Stumpf den Toxik hinterher. Nicht in der Mühe wie im Fliegenstaffzimmer. Alter, wie alle fünf ineinander. Ok, die sind hier vorne. Alle fünf rein und alle fünf nacheinander getического, oderwas. Ne. Shit alter. so das müssen wir zu rasieren das ist ich wollte auch spielen beim die haben die job hier aufgemacht zum kracht und nicht rennen wir unter die bütteln das linker einziehen durch die wir hier fallen draußen ich bin nicht wundern das ist der kassel er kommt immer ganz hinten wie in einem prachtraum er hat schon wieder raus Ja die wissen jetzt schon wo wir kommen ne? Könnt ihr da ein bisschen mit Deckersfeuer beschäftigen? Dann komm ich von hinten rein. Ja ich hab mich noch einmal gehittet. Hört ja. Fast den Igno weggeklatscht hier. Sind wir hier reingehauen? Ja ne? Ja läuft einer. Dort ey. Verletzungsassist. Teamplay. Der Typ wurde gesandwiched. Christian. An mir dranbleiben. Wollen wir mal hochgehen? Marvin? Hm? Wollen wir mal hochgehen? Ja. Denk dran. Der Mute war irgendwo nach unten ne? Den habt ihr. Den habt ihr. Ach ich noch ist da. Wo ist der? Was denn? Hätte ich gerade rumgeballert. Ich noch. Nein. Hab ich nicht. Deswegen da war irgendwer glaub ich. Wahrscheinlich. Oh. Da ist einer. Wo ist einer? Deswegen. Ich hab ihn hat gewischt. Moment. Oh Alter. Drecksfotze. Ey. Und er erwischt mich direkt ey. Oh. Nein lass doch. Wenn noch was so ist können wir uns nehmen. Hä? Ich hab die Falle gut gemacht. So. Ah. Das ist schon der Geiselraum hier oder? Ne Leute noch Jungs. Ihr packt das. Nur noch ein Gegner übrig. Der Plexer. Nein. Jawoll. Ich hab nen Kill. Und ich nehme mir fucking Kevlar. Ich bin leidster. Doch keine 1000 Punkte. Kann man sich von dem Gegner einfach Kevlar nehmen? Ja. Wie nein. Das ist richtig cool. Putz. Putz. Alter Schwede ey. Das ist hier ne Runde. Fucking spannend. 3-2. Mittlerweile sind wir in Führung. Wenn wir jetzt gewinnen Muchachos. Dann. Wir haben es geschafft. Ey. Lass das nicht so Pussy mäßig liegen. Ich hab bis jetzt. Besprechungszimmer. Echt? Das war da wo die auch grad. Ne. Warte. Ne. Dann Presse. Pressebereich waren die gerade. Ja. Ich würd Besprechungszimmer nehmen oder? Egal. Ich enthalte mich. Das ist dieser kleine Raum. Wo man geld unterm Cockpit quasi. Ja. Ich mag ihn auch nicht. Den anderen Platz mag ich auch nicht deswegen. Aber. Hier haben wir eine Wand, die wir nicht sichern können. Wie sie. Ja. Aber dafür können wir es von der anderen Seite noch sichern. Bei dem anderen Spot haben wir aber drei Eingänge. Richtig. Bei der Entgängung 4 gegen halt. Ja. 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 Ich gucke ob sie vom Keller aus kommen. Also da wo wir laufen. Da läuft noch nicht weiter rum. Mal besser. Fuck life. Oh wir haben hier die Kamerasöhn gesehen. Was? Fuck life? Fuck life. Fuck. Fuck. Fuck life. Fuck life. Fuck. Ähm die kommen Cockpit oder hinten irgendwo. Ja. logischerweise also entweder vorne oder hinten also ich habe ihn komplett oben oder was über dir das war ich schon hier da kannst du dich durchschießen nein komm schon wo denn da kommt da rein da rein kommt das ist irgendwas über dir ja was die lachschung alter jawohl jetzt ist nur noch der dahinten wo denn habe ich ganz markieren wo der ist nein wie habe ich denn da gezielt das ding ist ich mit meiner pumpe alter und dann wusste nicht wo der war genau ich habe ja gefragt wo er ist und hat marien gefragt ob er markiert aber ja immer zwischendurch y ich habe nur von allen seiten wird da und da ich bin wieder vorderer service eingang aber das ist das wo am wenigsten rum ficken können mit uns es ist ja wichtig ist ja nicht ich bin mir reporter eigener wo immer einer rauskommt als klar zum heutigen weg deswegen sind die drucken wir werden jetzt direkt am anfang er für mich die hälfte er hat sich das erler er hätte wollen können wir jetzt nicht mehr gewinnen müssen so zwei das Problem die aber auch Naja, aber trotzdem. Unnötig. Ich glaub das Deko einfach nur markieren, ey. Nein! Lauf zu markieren! Hahahaha, wie ihr von dem Synchron das gesagt habt. Dreckigen Ficker, Alter. So. Nein, sie haben sie gefunden. Sie haben einen Dodo gefunden. Was auch wenn ich nur, letztes Mal kam da auch einer. Nein, der hat mich echt so erwischt. Ich dachte Johnny passt da. Ich hab ihm auch eine verpoolt, aber er ist nicht down gegangen dadurch. Ey, das ist doch so behindert, ey. Naja. Aufpassen, die Spenge. Pass auf, ich springe doch selber weg. Ach du. Ach du. Das ist so viel im Raum. Der ist quasi unter den ganzen Dingen gedöhnt hier. Ja gar nicht. Hier wird es doch richtig heiß. Passt nach oben auf, ne? Aber nicht, pass auf rechts. Pass auf rechts. Pass auf rechts! Du machst du kein Headset oder was? Nee, der hat mir eine Treppe gesagt. Na gut, dass ich hier schon reportet hab. Na, jetzt kann ich nicht mit dem lang gehen, alter. Warte, ich schieße sein Schild weg. Ich hab Angst, dass leider durchkommt, alter. Ich wusste, dass der Wechsel kommt. Jawoll. Nice. Wechsel in das Magazin. Die beiden unten im Raum. Ja, da war einer. Alter, mit der Pumpe fackt er. Pass auf. Oh leu. Ich hab grade abgeflückt, ey. Wo war der, wo war der? Hinter diesem Ding. Hinter diesem Ding. Wo ist denn? Ja, da wo? War der oben? Nein. Da. Ey, natürlich. Alter. Snipeschuss und er geht nicht down. Er kriegt nicht mal Schaden, ey. Das ist ein Rook. Das ist ein guter Job. Deswegen hat er trotzdem Schaden zu fressen. Das Ding ist, jetzt noch ein Typ mit Pumpe. Das ist mein Problem. Achso. Ah. 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 Ja, ja. Wärst du mal nicht so weit gefahren, Diko. Hättest du gewusst, wie die Schlampe steht. Ja. Schön. Das Ding ist, jetzt kommt schnell in die Ecke. Genau. Der wird wieder in die Ecke. Du kannst auch durch die Wand schießen. Kannst aber mal über den Weg gehen. 1,5 Sekunden Rechts Der liegt auf dem Boden Du kannst hier vorne durch die Wand schießen Hier links Da schießt Ach komm Ich glaube ihr habt den ein bisschen verrückt gemacht mit der Wand da Ne der lag da Ja Ich hab gesehen wie der lag Ich glaube es ist besser in solchen Situationen dann selber Darum zu drehen Gerade mit Deko mit seinem Headset So ich will so in den Gepäckraum oder ihr? Jo Alter das kann hier nicht wahr sein Ich hätte das schon nichts gewinnen müssen In der letzten Runde da eben 3,4 ist schon hart Ey Wir kriegen jetzt auf jeden Fall noch mies auf die Schnauze Als Deko und ich dann noch gestorben sind Das waren so viele Kinder Die Geisel muss gesichert werden Ja mach halt zu Wer macht mit? Mach mit schmuss am Anfang? Beide Seiten? Nein Es ging bei mir gerade schief Ich kann auch noch drauf Ich chill hier diesmal an dem Eingang und wenn hier nichts kommt dann haben wir da eine Ecke und da kriege ich meistens einen Kill Ich lege das Ich lege Stacheldraht auf Wo gehst du hin, Eiko? Oxy und ich sind beide hier drin, das reicht Warte mal ich mach nochmal hier so Ja Ach Da fällt's hier rein Deswegen meine ich Die Ihr habt ein viel zu krasses Aim, da kannst du gar nicht mitteilen Ich platziere ein AVF Ich glaube ja, die haben viel zu krass Sen-Aim Nicht wegen der Grammatik jetzt, sondern weil sie was anhaben Aber das ist ein bisschen sehr überziehen Schhhh Schhhh Hautseh Schon wieder der Nein Da ist der Sledge Hä? Da ist der Sledge Ja, sehe ich nicht Hier ist nichts Ok, hier hinten habe ich schon mal den Flash weggeräumt Auf der Seite kommt gerade nichts mehr Auf der anderen Seite ist der Rocco Da oben Ich kann nur was von oben kommen Vorne beim VIP-Raum Wie auch immer das gerade ist Ja, ich Ich Pass auf, der kommt von da, genau Ja, freu sich, hab ich gehört Ich muss nur sehen können, wo da hinten die Tür schon offen ist Ok, bei Igno Also Sensor aktiviert Mavi, geh nicht so weit weg Gut Job, Dico Alter Schwede 08 HP Ich bin fast tot Ich versuche jetzt Von hinten zu kommen Was haben die noch? Was haben die noch? Hat irgendjemand oben Kameras und kann sagen, wo die sind ungefähr? Okay Okay, dann werde ich jetzt bitte gerne Ruhe Damit ich was hören kann, wenn ich nicht reinlaufe Damit ich was hören kann, wenn ich nicht reinlaufe Blitz der verbleibende Gegner Nein! Fuck! Die auf der anderen Seite Okay, einer noch Ja, der ist hier Ja, der ist hier Das ist aber auch nur ein Sledge Der kommt hier nicht rein, oder? Doch, der kann die Ja Der kann die kaputt schlagen Nein! Sehr geil! Sehr gut Sehr gut Oh, ich habe die ganze Zeit in den die Speine geschossen in den kleinen Homo Ähm Nächste Runde Entscheidung Bis die nächste Runde gewinnen, dann haben die immer noch eine Chance auszugleichen Er schild Nein, die nächste Runde gewinnt Nein, bei 5 5 ist gewonnen Ja Nicht flash in den Runden Egal So, Muchachos Alles oder nichts Konzentration Konzentration Alter, geht die Geht die Runde schon 40 Minuten? Ja Ja Alter Ist hier besser als hier in den Level 18 Wir sind ein Ding trumst Nein! Fick mich! Nein! Nein, bewegt dich! Ich war auch nicht immer Kind Mal, du kommst doch immer wieder raus Ohhhh Okay, die haben schon mal 2x C4 3x C4 Scheiße Echt 3x? Ich hab den dritten nicht erkannt Der dritte ist Kapkan Achso, okay Ja, Kapkan C4 Frost C4 Hier, passt auf, seht ihr das bei mir? Ich kann die nicht markieren, aber der eine ist die draußen unterwegs Okay Ja, wir spielen das jetzt schmuf runter Komm Marco, wo stand deine Cam? Äh, ganz hinten Da, wo Smoken normalerweise mal rausguckt Einer ist in der Küche Aber diesmal wollen sie wohl nicht Ja, für die geht es jetzt auch um die Wurst, ne? Das interessiert die nur einen Scheiß Oh, hier ist einer! Da ist einer! Warte, Deko, 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 du bist im Weg Das ist der Smoke, der Smoke Marin, du auch, Gott, danke Einer ist immer noch in der Küche Ich weiß nicht wer das war Ich glaub der Kapkan ist in der Küche Ja, wir müssen jetzt auch Er macht doch was jetzt! Ich wollt grad sagen Was würdest du jetzt machen, Johnny? Würdest du hier Ferien machen oder was? War der rechts oder links? Links Können wir jetzt nicht mehr hundertprozentig sagen Pass auf, geh zurück Wegen C4 Ein C4 ist weg Auf, hab, geh zurück Da soll noch einen zünden kommen Drei Stücke zündet Oh, okay Take my camera for a ride Ich weiß jetzt nicht ob er rechts ist Ist er nach rechts gegangen? Nein, der ist links Rechts ist, rechts ist safe Genau Oh, ich hab ihn Sehr gut Sehr nice Ich weiß nicht ob ich hier runter gehen will oder ich von oben gucken will Lass mal oben gehen Okay, da waren es nur noch drei Frost ist im Raum drin Und die andere Ein anderer ist da hinten Einer kommt von ganz Von oben Wahrscheinlich Oben sind wir auch Hier ist der Kapkan Pass auf Der wird gleich C4 Hab ich, hab ich Hab ihn gefickt Dreckiger Huren Was? Jawoll, mal Bosse Er regelt hier Ey, wir sind echt ein gutes Team Ey, wir sind echt ein gutes Team Der Rook bleibt irgendwo In der Mitte rum Genau Glückwunsch Hab ihn gefunden Er ist fast eigentlich Eigentlich ist er fast tot Wenn er denn mal stirbt Ja, er hat fast gar kein Leben mehr Er kam einfach angerannt Genau neben dem, wo ich in die Küche geglatscht habe Und Johnny war in der Kamera oder was? Wo, wo war denn der Typ? Äh, genau da Ja, wir sind in der kleinen Ecke da, weißt du? Ja Warte Wow, warum machst du denn jetzt auf, dass ich keine Deckung mehr habe, Alter? Wobei, ich geh jetzt einfach rein Oh, fuck, der ist C4 Wo liegt denn der scheiß C4? Ist doch irgendwo an der Wand, Alter Also Das Ding ist, ich kann Ich kann Ich mach schon, ich mach schon Ich mach schon Ich mach schon Ich mach schon Okay Ja, tatsächlich fest, aber richtig hart Ja 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 Gewonnen Alter, 40 Minuten, dass wir das Ding jetzt noch gewonnen haben Wow Nice Oh, Muchachos Ja Also am Anfang bin ich wirklich durchgerasiert hier Ja, aber irgendwann hat die Konstitution einfach nicht mehr, nicht mehr hier, ist nicht mehr mitgekommen Für mich war am Anfang so scheiße, aber mittlerweile geht's Alter Oh, noch elf Kills Elf, vier, sechs, beide Nice one Nice Alles gut, Muchachos Ah X, X, Elf, Ranked, Rainbow Six Siege Schaut euch mal auf bei der Webinator Ja Der ist Daumen nach oben, reingehauen, bye, bye Bye